Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, heute ausnahmsweise eine andere Wegwahl, aber wunderschöner Aussichtspunkt. Und wir sehen hier einerseits auf die St. Otsmarkirche in Mödling, die ist vor mir. Unter mir ist das Aquädukt. Das müsste, ist es die Spitalskirche, wenn ich mich falsch erinnere, mit der alten Feuerwehr. Da sehen wir noch den Feuerwehrturm. Da hinten sehen wir den, ist das bei Heinsburg, dieser Braunsberg. Links davon ist Bratislava, glaube ich. Also Pressburg, so ungefähr. Also sehr schöne Aussicht hier, wunderschönes Wetter heute. Ich zumme ein bisschen zurück. Im Hintergrund die kleinen Karpaten, glaube ich. Karpaten? Bogen ist wahrscheinlich dahinter. Und hier vor uns ist dann der schwarze Turm. Und links hinunter geht es dann zu den Mödlinger Klausen. Da ist der Kursalon unten. Sehr, sehr schönes Ambiente. Traumhafte Stimmung heute. Gut. Wunderschön. Man kann das alles gar nicht festhalten wie traumhaft. Ende. Wir haben da kamen, ja.